Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da kommt unser Auto gefahren. Zu Fahadams, Alicaldus. Infanterie-spier... Spier... Ich gleich mal schauen, was da abgeht. Also von mir, oder von dir. Gut sie lebt doch. Alles gut? Hallo? Ich hab dich gerettet, du... kleines Vieh. Naja, gut. Sad as it is. There ain't a media or journal in Night City who wouldn't sell their soul for some extra scratch. Even if the medis comes battered with blood. Truth be told, makes me fucking sick. Craven another fix of fresh finds, here's another batch. Okay, das war der Radio. Ich wollt grad sagen, what the fuck was war das? Wir fahren hier nach oben. Und da es irgendwo hier noch was Spannendes gibt. Und das Auto ist schon viel... ...besser. Um hier durch die Badlands zu fahren. Ich glaub, wir sind hier richtig. Man kann die Leute komischerweise nie scannen. Oder bloß für einen kurzen Augenblick. Crushel. Ist das Militech? Das ist Militech, oder? Ich glaub's. Was auch immer hier passiert ist. Militech Corporal 4989 und Militech Private. Unsere Befehle lauten, uns den Gefangenen und das Auto zu holen. Wir treffen uns vor dem Stützpunkt. Ich dachte, der Nomade soll planmässig erst morgen transferiert werden. Widersetzt du dich einem direkten Befehl? Dieser Sandficker hat Juliet Vincent untermarkenwortet. Ich nehme ihn jetzt in Gewahrsam. Verstanden. Ich geh mal davon aus, dass die Freigabe des Gefangenen und des Autos nicht im Protokoll festhalten soll. Kluges Köpfchen. Und bring ne Schlausch. Schaufel mit. Hab ich. Los geht's. Der Penner ist ja krass verkromt. Sowas hab ich noch nie bei meinem Nomaden gesehen. Dann muss der große Wichser sich halt ein großes Loch buddeln. Und? Wie lange brauchst du noch? Wir sind gleich da. Fünf Minuten. Ich kann es kaum erwarten, diesen Nomaden-Schwanz schreien zu hören. Wenn er sich vor Angst vollpisst, das wäre echt das Highlight. Ich schätze mal nicht, dass die den Typen vergraben haben. Sonst wären die beiden ja nicht tot. Im Auto gibt's nichts spannendes. Wurde bei der Kölner Automässe 2072 mit dem Golden Gurt ausgezeichnet. Okay. Nice. Schönes Detail. Kleptomanie gibt's hier noch. Raiderloaf hier unten. Da gibt's auch einen Riverdog. Ich würde sagen, ich fahre noch dorthin. Falls es dort einen Auftrag gibt. Weil da ist ja nichts angezeichnet. Eigentlich zeichnet auf der Map. Und falls es da nichts gibt, würde ich sagen, war es das erste Mal mit dem Bearlands. Dann fahren wir wieder zurück in die Stadt. Und machen vielleicht die Hauptmission weiter oder eine Nebenmission. Mal schauen. Mal schauen. Okay, es ist nichts markiert daher. Lass ich das erst mal. Dann mal kurz schauen. Das ist die Fixerin. Okay, diese beiden Sachen gibt's noch. Sub-Psycho-Attacke. Ja. Ja, why not? Machen wir hart das. Noch. Dann haben wir zumindest diese Aufträge, die jetzt markiert sind. Weg. Weg. Und. Und. Dann fahren wir das nächste Mal in die Stadt zurück. Okay. Dann fahren wir das nächste Mal in die Stadt zurück. Das sieht auch selber Dekki aus. Nices Lied. Aber leider müssen wir aussteigen. Was gibt's denn hier Spannendes? Gauner? Tiger Claws? Ich sehe mindestens vier Stück. Wraith. Gesetzloser Drache. Drache. Tattoo-Tarnung. EMP-Granaten. Schock-Modus. Es hat alles zurückverfolgbar. Und ich hab sieben Punkte bloß. Und das kostet alles ziemlich viel. Anhaltenden Gift-Schaden im Umkreis von acht Metern. Was? Und kann sich auf zwei weitere Gegner im Umkreis von acht Metern verbreiten. Effektiv gegen Gegner, die dicht beieinander stehen. Wirkungslos gegen mich. Roboter. Eigentlich ist das ziemlich leis. Okay. Ich hab sieben. Shit, ist das Verstärkung? Wieso kommt denn jetzt Militech? Was wollen die denn hier? NCPD Optik Neustadt Okay, we have a problem... Ne, gerade nicht! Da hat jemand die Polizei gerufen, deshalb... Und das NCPD hat Verstärkung Ich gehe erstmal kurz weg Und erhoff'n, dass die verschwinden Okay Irgendwie weird, dass da gleich sofort das NCPD kam Okay Wird denn das Verbrechen gemeldet, oder? Äh, was? Unser Auto hat es leider ziemlich erwischt Okay Die sind weg Ist doch schonmal was Ist doch schonmal was Nur natürlich schlecht Die... Die Leute hier zu finden So... Hiern Stuff Sonst ist es dann halt auch egal Sonst ist es dann halt auch egal Im Auto ist nichts drin 666 Street Local Patriots Mal ein kurzes Thumbnail machen Mal ein kurzes Thumbnail machen Gut, reicht Sonst noch irgendwo was? Ja, sonst sehe ich grad nix Fertigkeit und Splitte Und Gespräch Eiko, musst du einen von Wraith ausknipsen? Der Typ heisst Steve Razor Sorry, du musst einen von Wraith ausknipsen Razor Kowalski So eine Botschaft sein Also mach's ruhig fies Die müssen richtig sauer sein Aber am wichtigsten Lass es nach 666 Street aussehen Wir zetten einen Bandkrieg an Geil Aha Okay Das ist dann wohl Kowalski Und deshalb hier Mies Echt mies Einfach einen anderen Gang in die Schuhe schieben Unser Auto hat es leider ziemlich In sich Ja Sollte doch noch gehen Dann haben wir diesen Überfall Auch noch abgeknipst Mitgenommen Auch immer Warte 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 Wer bist du? Einfach irgendjemand? Kann man dir helfen? Heute ist heiß heiß Ja, du sagst was Schöne das Auto Du darf es klauen Was ist denn Russ? Was ist denn Russ? Was ist denn Russ? Das ist die Folge von Cyberpunk 2077 Ich fahre noch Zum Cyro Psycho Attacke Und wir sehen uns dann Im nächsten Video wieder Wenn ich davor stehe Bis dahin Haut rein Tschüss Ich habe dich In 2077 Und sie haben Votten meine Stadt Schöne das Schöne der enforcedsten Götter Schöne In 2077 V Orthodoxen Die schwöne Die politischen Die Verkaufung Die飢liante Die 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 Woher else? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020